Den da, aber ich glaube, ich zwitsch mal eben um, das ist ja, ist ja widerlich. Nicht angreifen jetzt. So, sind zwar meine Leisten irgendwie ein bisschen anders, muss ich mal anpassen bei Gelegenheit. Aber es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, ob es euch ganz Schaden machen. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen mehr. Denn sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ich sollte vielleicht auch noch die andere Waffenverstärkung anmachen. So, den da. Hier sind überhaupt keine Eier. Ich muss da erstmal nach Eiern suchen. So, da haben wir jetzt sechs Stück von... Da ist was. Ach, jetzt kommen da ja die Riesenviecher, ne? Wo ist es denn? Ach, da. Okay. Ähm, ja, ich soll mich mal ein bisschen heilen. So. Hm, da ist eine Feuerblüte. Die sollten wir uns noch holen. Ist da ganz hinten. Okay. Die holen wir uns. Na, vielleicht geht das ohne den zu pullen. Oh. Sieht gut aus. Gibt ganz schöne EP, also 1000 EP für ein Kräuterchen. Das finde ich schon krass. Ach, da kommt ja wieder diese blöde Drache. Ne, kommt nicht. Ne. So, die haben wir jetzt gleich fertig. Da brauchen wir noch vier Stück von. Ah, jetzt kommt einer. Wo denn? Da. So. Nächster Ei. Okay. Nix, bleib ruhig. Okay. Das eine jetzt gleich noch und dann haben wir die Eier fertig. Okay. Oh je, was ist das? Das kann man nicht brauchen. So, von dem brauchen wir auch nur noch einen. Ach, Mann. Äh, ja, wo? Ach, da. Ähm, die Eier hatten wir fertig. Und dann gehe ich da wieder in die Richtung. Sonnengras. Da ist dann einer. Feuerblüte ist da noch. Ja, dann nehmen wir halt den. Das ist auch okay. So, fertig. Na, was ruckelt denn das jetzt? So, beenden. So, beenden. Und beenden. So, werde Zeuge des letzten Teils von Reas Studien. Okay. Beschafft drei von Nix-Sondras-Eiern. Machen wir. Ja, ist auch nicht so wirklich toll, ne? Also, im Moment kriege ich keine wirklich tollen Sachen hier. So, dann Eier sammeln. Das Vieh steht immer schneller auf, wie man gucken kann. Man schafft immer nur ein Ei eigentlich, bis der aufsteht. Oder die aufsteht. So. Komm, jetzt brech nochmal zusammen. Und das letzte Ei. Dann haben wir es. So, geschafft. Ähm, was nehmen wir denn? Irgendwas. Ist egal. Erfahrt Reas wahre Identität. Jawohl. Gut, jetzt wissen wir, dass sie ein Drache ist. Ähm, bringt die Proben der schwarzen Drachen zu Doktor Hieronymus Blam auf der Akmond-Kuppe im Ötland. Jawohl. Ähm, ich würde aber jetzt dann nochmal den Dungeon-Browser starten. Jetzt dürfen wir ja wieder. So. Mal gucken, wo wir hin müssen. Nein, lass mich. Will nicht. Oha, Hordenlager. Da sollte ich nicht reinrennen. Was ist das? Feuerblüte. Da versuche ich mal reinzukommen. Und das ist so ein krass, Kai nicht gebrauchen. Ach, geh weg. Hallo. Ja. Äh, steigt in einen Kawum-Turm und überlebt vier Angriffswellen der Drocks. Hm. Jawohl. Das ist eigentlich ganz cool. Das macht Spaß. So. Oh, jetzt können wir den nämlich schön her. Der Zauber ist noch nicht bereit. Hm. Das sieht immer noch aus. Das ist aber cool, wenn die so auf dem Hintern hergehüpft kommen. So. Irgendwo noch was da. So, die erste habe ich geschafft. Jetzt brauchen wir noch die zweite und dritte schafften. Ja, hör auf zu meckern. Das wird immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht nennen. Das wird immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht nennen. Ich kann diesen Zauber noch nicht nennen. Böse Erzeihung ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf. So, das war die zweite Welle. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Hm, 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 hm. So, jetzt geht die dritte los. Die Kleinen können ruhig alle herkommen, eigentlich. Ich kann diesen Zauber noch nicht nennen. So. So, das war die letzte. Fertig. Warum kann ich nicht abgeben? Ach, meine Waffe ist kaputt? Habe ich das nicht geschafft? Äh, ist ja ein Ding. Na gut, probieren wir es nochmal. Keine Kampf. Aber ich muss jetzt nicht von vorne anfangen, oder? So ein Scheiß. Ist mir noch nie passiert, dass ich das nicht geschafft habe. Ah, habe ich tatsächlich nicht geschafft. Der Zauber ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich finde es mit Zauber noch nicht unten. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hm. Das hält immer noch auf. So, das war dann die... Zwei... Erste. Oder? Hilfe. Ich habe den Überblick verloren. Fertig, fertig, fertig. Ja, letzte Welle nicht überlebt. So ein Scheiß. Ich finde es mit Zauber noch nicht unten. Das hält immer noch auf. Ich kann es mit Zauber noch nicht unten. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf. Ich finde es mit Zauber noch nicht unten. Hm, 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 hm. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So ein Mist, echt. So, jetzt weiter. Das ist mir noch nie passiert, dass ich die Quest nicht auf Anhieb geschafft habe, irgendwie. Daran gescheitert bin.